Oh ja, ich bin alleine, geil. In der Mache. Nein, du rockst es. Ihr müsst schon lang leben, ne? Weil, wenn alle tot sind, ist das kacke. Ja, wir sollten zwischendurch mal wieder den blauen Totale setzen, damit wir da hin können. Dann mach mal eins hin. Ja, mach ich gleich. So. Wo hab ich die denn? Klar, ich mach eins. Ist gesetzt. Okay, alles klar. Leck. Wieso bist du so stark? Warum ist da wieder ein Lilana, Mann? Ja, das sind noch die Bosse. Greif ihn doch nicht an! Wieso denn nicht? Nicht du, meine Figur soll erstmal abhauen. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass... Also die Treffding von dem Spiel ist echt schlecht bei Fernkämpfern. Die Hälfte der Schüsse, die gehen irgendwo ins Nirvana, keine Ahnung. Ach, bei mir geht das genauso. Nicht, dass da dann verfehlt oder so steht, sondern ne, das ist tatsächlich irgendwie... Ich hab aber auch das Gefühl, dass meine irgendwie mal so daneben haut. Da steht vorne dran, eine haut daneben. Vielleicht hat er irgendwie so ein schielendes Auge oder sowas. Das Problem ist einfach, dass... Alter, jetzt bin ich wieder tot, dass die Dingfindung einfach total schlecht gemacht ist. Ah, da was war das? Kannst du auch nicht überhöhen richtig schießen. Muss schon genau der gleichen Ebene sein, sonst... ...würf schon nix. Das konnten die Entwickler von Doom damals besser. ... Kamil ist auf seine... Ne, ich hab halt jetzt alle Dinger verpackt. Ballmore! Da ist ein Ballmore! Ich hab... Ich hab keine Haltränke mehr, was? Was? Wird ich hier angegriffen? Obwohl ich hier noch am Einkaufen bin. Schwanerei. Nicht mal mehr in Ruhe einkaufen kann man hier. Ne. Herr Schnecke! Hau dich kaputt! Macht ihn fertig! Dein scheiß Inventage ist nicht voll. Treppe nach unten, okay. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich eh hin. Eh immer. Es ist ja immer Dungeon, immer alles ganz ganz unten im letzten Eck. In der letzten Ebene. Wer baut sowas verdammt nochmal? Zwerge. Zwerge. Aber wieso haben wir hier noch keinen Zwerge sehen? Weil die hier diskriminiert werden. Weil die alle wird eingebaut. Ach Alter, will ich mich verarschen. Wie macht der so viel Schaden? Die müssen sich um die Technik kümmern. Hier, damit das Licht rüber leuchtet und alles schön beheizt ist. Die Technik! Die sind jetzt hinter den Mauern mit ihrem Technik-Gram. Hey! Hät man eigentlich mal bei Herr der Ringe eine Zwergefrau gesehen? Oder noch nie? Ne. Nur auf Bildern. Echt? Ja, aber voll komisch. Wieso? Weil nur Männer die Welt retten können, Mensch. Hast du das nicht verstanden? Ne. Echt? Wieso ist bei den neuen Gefährten nicht eine Frau dabei? Da ist auch eine Frau dabei. Die Bogenschütze mit dem blonden Haar? Das ist doch keine Frau, Alter. Das ist ein Elb. Aber deine Verwirrung kann ich schon verstehen, dass Elbenmänner und Elbenfrauen sehr ähnlich aussehen. Ja. So wie Zwergenmann und Zwergenfrauen. Genau. Vielleicht gibt es ja Zwergenfrauen schon die ganze Zeit. Man erkennt sie halt nicht. Ja. Vielleicht gibt es auch nur Männer und die haben alles eine Geheimkarte seit Jahren. Wollt es jetzt... Hat Aragorn ja schon sehr treffend gesagt. Der Unterschied erkennt man halt, weil die Frauen genauso Bärte haben. Hart. Hä? Hä? Doch. Er hat scheinbar mal die Filme geguckt. Dann wüsstest du es. Ich hab sie geguckt, aber... Ja. Ja. Aber nicht 50 Mal wie du. Wie geht der Film aus? Hab ich auch nicht. Das Böse gewinnt! Wow! Nee. Diesmal nicht. Die beiden Figuren, so ein kleines Viech kaputt schlägt einfach, gell? Oh! Er läuft die ganze Zeit weg, aber ich lauf ihn hinterher und schlag ihn. Oh, oh! Da kommen seine Brüder. Lauf doch zurück! Tja, das kann ich heutzutage auch mal besser. Lauf doch! Läuft auf so'n kleinen ein, auf einmal hat's den ganzen Clan am Hals. Ich muss unbedingt Heiltränke wieder in mein Inventar machen. Ach Gott, Alter. Das ist... Das sieht doch so scheiße aus. So nur drei Stück, Alter. Dann kauf doch mal. Was? Du bist totfarben. Ich lass mich grad zu dir teleportieren. So ein Scheiß. Waaah! Ey! Lass dich ja rein teleportieren. Du hast mich auch tot. Ich bin noch da. Ja. Ich bin egal. Wir sind gleich nach der Treppe nach unten gegangen. Jungs. Da müssen wir weit laufen. Das geht alles. Nein! Jetzt hab ich's falsch und drückt. Doch. Das... Okay. Dafür können wir jetzt nix. Fit. Wie warten wir hier so lang? Wartet doch nicht. Hä? Ich bin trotzdem bei euch. Auf jeden Fall helfe ich das richtig gut. Ich hab mir gar kein Geld mehr. Lustig. Dann geben wir das ganze Geld einfach mal aus. Dann zu viel. Oh, wieviel Gegner ein Gegner ist. Ja, deswegen... Fuck, 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 fuck. Alter, weißt du eigentlich? Zwei Schläge tot, ey. Hammer. Scheißspiel, ey. Scheißspiel, ey. Fuck. Scheißspiel. Portales Gesetz, falls jemanden... Ja, Gott. Das blöd ist, du bleibst immer hängen in den Leuten. Das ist total scheiße. Und nicht erlaubt. Leck mich am Arsch. Begleiter! Oh! Nein! Kämpfe ich jetzt hier alleine? Wie kann das... Keine Ahnung. Ich bin auch wieder da. Ich bin auch wieder da. Fragt sich nur, wie lang. Euer Begleiter ist... Oh, das ist doch scheiße. Ich kann den nicht attackieren, weil... Euer Begleiter hat sich die Nadel gesetzt. Was ist da los? Euer Begleiter braucht eine Therapie. So kannst du dich... So kannst du dich weglaufen. Der Begleiter hat die Therapie abgebrochen. Der Begleiter ist rückfällig geworden. Nein! Weiß Frettchen. Ey, da war ich mit einem Schlag. Man, die ist so viel Schaden. Das ist echt noch abnormal. Ja. So, Begleiter. Gehen wir ein bisschen einkaufen. Ich hab... Ich bin so am Limit mit dem Geld. Ganz ehrlich. Ich dachte so am Anfang vom Spiel... Geld hast immer genug. Jetzt hab ich grad langsam auch keins mehr. Wir sterben so viel. Wir brauchen so viel Heildränke, glaube ich. Dass der nie pissen muss, das verstehe ich nicht. Wie viele Heildränke, der verballert. Er trinkt am Tag, nimmst du das... Der schwitzt das aus. 500 Liter Heildränke. Ein Schlag bitte! Die Hälfte von der Energie einfach weg. Ich glaub, alle sind tot. Alle zu mir. Zu mir! Alle zu mir. Alle zu mir. Alle zu mir. Und Fabian, das hat Theo den auch gesagt, bevor... ähm... Der Ring... äh... Dings... Heißt er? Ringschatten? Nein, Blödsinn. Heißt er? Ringgeist! Ja, genau. Alle zu mir! Und dann... Dann kam er von oben, genau. Und... Ja, gut. Das hätte er auch wissen müssen. Oder wissen müssen. Ja, ne, ne, ne. Also, dass er gesagt hat, alle zu mir. Und dann sind ja schon mal die, 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 die... Elefanten gekommen. Ha! Ja, ne. Oh, die Faden? Ne, das ist da so ähnlich, aber nicht das gleiche. Ach so. Ach so. Da ruft er ja dann irgendwie... äh... Kampfliegebilden! Schert euch um mich! Kampfliegebilden! Nimm sie an der Spitze! Ich habe einen Waffelständer gefunden. Immerhin hast du mal einen Ständer gefunden. Das wäre echt. Immerhin hast du mal einen Ständer. Sehr gut, Fabian. Das ist halt mal ein Fortschritt. Sehr gut. Ha! Ich glaube, akustisch habe ich dich falsch verstanden, so dass es richtig ist, dich geklungen hat, obwohl es eigentlich anders klingen sollte. Ja, richtig. Ich glaube es auch. Okay. Was? Ich habe gerade kein Wort verstanden. Okay, aber gut. Siebens Gehirn übersetzt, falsche Sachen schon ins Richtige. Autokorrekturen. Autokorrekturen im Gehirn. Kann es sein, dass der Gegner gerade irgendwie so rumbackt und einfach nur da geschaut? Ja, so mag ich die Gegner auch an dem Spiel. Wahrscheinlich hat er auch gerade geflucht. Dumm an der Ecke stehen. Scheiß Spiel, ich kann mich überhaupt nicht wehren. Ja, so geht es mir auch immer. Da haben immer Gegner auch mir auch. Das betrifft halt alle Seiten. Das ist ein extra lila Typ. Das sind alle lila, oder was? Oh, da springt wieder. Ne, da springt nur irgendwo hin, ne? Die kleinen Gegner müssen doch sehen, dass der Große einfach keine Chance hat und einfach und sie müssen dann fliehen. Ja, sie haben Ehre, weißt du? Die müssen trotzdem angreifen. Okay. Ja, gut. Das ist beneidenswert. Also, kann man respektieren. Ja, auf jeden Fall. Man muss vor seinem Gegner ja immer Respekt haben. Ja, also. Da habe ich das Gefühl, dass der Dungeon ewig geht. Nö, warum? Das sind alle Dungeons. Warte, ist da gerade Urkthorne schon wieder? Da ist er, da ist er wieder! Ah, mich getötet! Ne, da sind doch alle gleich. Die heißt doch, ich richtig wollte sagen, der ist doch gerade eben schon so. Urkthorne! Hallo? Den haben wir doch gerade getötet? Der springt auch zurück. Ja, aber nicht. Durch die Zeit. Durch die Zeit. So, jetzt. Warte, stopp! Ich mach mal den hier. Halt! Stopp! So, alles okay bei euch? Oh, der nächste von den Pennern. Ich hab irgendwas aufgesammelt, was ich nicht aufsammeln wollte. Nein! Deine ganze Inventarplanung im Eimer. Ja, was soll ich jetzt machen? Willi installieren nochmal neuer Anfang. Das ist die Lösung! Das ist die einzige Möglichkeit! Resette meinen kompletten Computer jetzt erstmal. Oh, eine Drohe fährt da hoch! Oh, hallo! Was soll das? Verdammt! Nein! Nein, ich bin auf der anderen Seite. Ich bin getrennt von euch! Getrennt von euch! Ehhh... Fabian gibst du. Du bist zur Truhe hingeraten und hast sie aufgemacht. Ja, aber... Ne, jetzt ist sie auf. Jetzt ist sie... Oh! Oh, ich bin tot! Was war das denn? Was war da denn? Warte, nochmal ne Falle. Ne Falle in der Falle. Verstehe ich? Inception. Ah! Aber... Eine Inception Falle. Oh Gott! Da unten sieht's richtig böse aus. Da sieht's rot aus. Das ist gut. Sind wir dem Ende des Dungeons sehr nahe. Fällt mir. Piss! Alter, wie viele Skelette sind hier los! Cool! Das ist physikalisch sowieso total unmöglich, dass Skelette rumlaufen können. Was? Ja... Hab mir schon mal aufgefallen, dass das theoretisch gar nicht gehen kann. Ja, außer sie werden aus wegen dem Zauber zusammengehalten, oder? Richtig. Zauber gibt's nicht. Es gibt vielleicht Magnetismus oder sowas. Das ist die kleine Gravitationskraft, die sorgt dafür. Pss! Hey, wie kommt man nach da unten? Vielleicht sind's der Roboter? Ja. Da, wir gehen jetzt ins Tiss. Ins Tiss? Ah! Tiss, Alter. This is my room. Ja. Ja. Na klar. Alle wieder gewartet? Na klar. Warten wir einfach zusammen vorm Portal kurz. So! Komm, Fabi geh mal vor, check die Lade. Ja, Fabi geh mal vor, check die Lade. Fabi geh mal vor, check die Lade. Ja, Fabi geh mal vor. Tür schon weg. Oh Gott! Oh Gott! Oh wow! Fuck! Drache! Drache! Riesendrache! Okay, dann gehen wir rein. Leuchten, bis ich dich! Drache! Jo, so groß sind wir auch nicht. Oh! Nö! Ich hab schon größer gesehen. So samt gehalten. Mauch ist größer. Bisschen, ne? Aber noch ein bisschen. Aber da kann man auch Rippen aus dem Boden kommen lassen. Was? Ich mach ihn kaum Schaden. Triff ihn, glaub ich, gar nicht. Boah! Diss is it! Der Käse, Mann! Der Käse, Mann! Er kann Säureratm, Knochenkäfig, Knochenstacheln und Schmetter Angriffe. Ja, krass! Ah, das ist immerhin die Attacke drunter. Das ist noch nie aufgefallen. Noch nie? Nö! Das ist sogar... Der ist ja voll lame. Der macht ja gar nichts großartig. Der ist ja voll lame! Aber jetzt hat er mich entdeckt. Der ist ja voll lame! Oh! Okay, die war schon besser. Wahrscheinlich ist das total betrunken. Oh! Oh, fuck! Oh, jetzt hat er Hilfe geholt. Oh, Mann! Die Hilfe schwenkt stark. Egal, alles auf der Tisch. Was für ein Schiss. Fast ein Schiss. Was für ein Schiss. Ah, okay, mit Schild geht das. Ich hab nicht so viel Schaden. Ich kriege gar keinen Schaden, kann das sein? Ich hab auch das Gefühl, dass ich keinen Schaden mache. Ich mach ordentlich Schaden. Nein, ich mein, ich krieg keinen Schaden. Ach so. Oh, jetzt komm. Ordentlich. Mops. Ja, ich schieß schon drauf. Ja, bei denen mach ich immer voll viel Schaden. Bzw. Da blinkt die ganze Zeit eine Zahl auf. Und bei so Bossgegnern... Die töten mich! Ja, genau! Hä, warum das? Hast du ihnen erst gesagt, ihre Mutter ist hässlich oder so? Ich kann mich nicht verstehen, dass die vor allem noch gegen dich was haben. Alter, was... Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, was hab ich gemacht, alter? Nein. Oh, oh, oh. Ein Rave, glaub ich, zum Beispiel. Ja, jetzt geht er langsam ab. Aufgewacht! Wie dumm. Den ganzen Weg nochmal laufen, Alter. Oh, die scheiß Berzi... Oh, jetzt lenkt's bei mir. Mach die fertig. Gut, bitte, in die Grenzen meiner Onboard-Grafikana. Ich hoffe, wenn die Folge erscheint, habe ich meine Grafikkarte wieder. Wenn nicht, dann wäre es scheiße.